Musik Brauchst du lange? Achso, das sind die kurzen Bambusstücke, ne? Das sind kurze, ja. Wir brauchen jetzt nochmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Na gut, die Cowboys hier, die sind ja gerade nicht da. Aber wie schnell das dann geht, ne? Wenn man das dann gemeinsam so angeht, mit dem Sammeln und allem. Das hätten wir vorhin schon machen sollen, weil da hast du an der einen Seite rumgewurschtelt, dich auf der anderen Seite und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ich komme nicht voran. Ja. So, kannst du dich mal das Laub auflösen, bitte? Danke. Willst du wieder sammeln, oder was? Ja, schon. Cool. Dann steche ich dir die wieder ins Auge. Ja. Achso, du sammelst den, okay. Oh, no. Ernsthaft? Ja. Ich habe halt keine Axt dabei, ich kann dir keine geben. Ich habe nicht mal Steine dabei. Ich habe auch keine Steine mehr, ach man. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja. Ich habe eine Riesenkröte eingesammelt. Wunderbar, die brauchen wir ja auch überhaupt nicht. Wir brauchen Pfeilgiftfrösche. Ich weiß. Aber bringen die überhaupt was für die Eingeborenen? Wir brauchen die Pfeilgiftfrösche, um die Blasrohrpfeile zu vergiften, damit wir die Wasserschweine und Tapire anblasen können mit den Pfeilen. Und dann schlafen die ein und dann kannst du sie fangen. Dann schlafen die ein? Ja. Ich werde ja wohl nicht mehr. Und dann kann man die züchten, oder wie? Ja, schon. Dann können wir einen Twerch bauen und dann können wir die reinpacken und dann müssen wir Früchte anbauen, Essen für die. Und dann kommt da ein Wassertrog rein und ein Futtertrog und den Futtertrog müssen wir mit Früchte voll machen. Und die scheißen uns dann Essen. Die scheißen halt an und dann hast du halt Dünger. Ja, so mehr ist es nicht. Nur die haben wir die Viecher scheißen können. Das kann ja nicht sein. Doch, es ist so. Ja, okay. Aber es gibt kein Weizen. Nein, es gibt kein Weizen. Es gibt kein Weizen, nein. Immer noch nicht, ne? Aber es gibt keine Viecher. Ja, genau. Der Mann mit der Axt ist da. Hey, geh weg. Brauchen wir das überhaupt noch alles? Logisch. Logisch. Ich möchte, ich weiß ja nicht, wo du hinbauen willst. Aber so viel Material. Wir machen den ganzen Urwald platt, haben wir doch vorhin gesagt. Naja gut. Nur ein bisschen was vor, ne? Wie sie? Ja, wir bauen jetzt den, äh, wir machen jetzt Turmbau zu Babel. Kann man doch gar nicht hoch, oder? Willst du nur da hoch bauen? Denn, geht das so hoch? Weiß ich nicht. Können wir mal probieren. Wir haben doch schon mal probiert. Und da gibt es bei, äh, drei Schlussen oder sowas. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht. Kann ich irgendwas tun? Es wieder zusammenschlichten? Nö, ich geh dir hinterher. Ich mein, klar kannst du mir vor die Füße schmeißen, weil dann seh ich wenigstens was. Weil mein Sichtfeld ist sehr beschränkt. Also nicht nur mein Horizont, sondern auch mein Sichtfeld. Ja. Ich hab's mir verkniffen grad. Nein, was machst du? Nicht so nah vor die Füße. Ich darf nicht hüpfen. Nein. Oh Gott. Jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal aufsammeln. Oh Mann. Okay, das ist jetzt so ein Ding, wo ich sag, das würde ich gerne klippen. Ich leide Schmerzen. Physische und seelische Schmerzen. Ich geh lieber weg. Vor allen Dingen, das sind halt, keine Ahnung, wie viel hundert Teile. Ich hab ja schon den ganzen halben Wald gesammelt. Schau, ich helf dir. Nimm so nah. Lass es einfach liegen. Bitte. Okay. Jetzt kannst du die Scheiße aufsammeln. Ich sag's dir. Ich glaub, ich war halt wieder bei 200 Kilo oder so. Ja, so kürz ich das. Tja, warn mich mal lieber vor das nächste Mal. Ja. Ich trag mal die drei Stück rüber, die ich jetzt darf. Liegt hier noch jetzt irgendwas rum? Ich seh halt null. Ich seh eigentlich so gut wie gar nichts. Vor allen Dingen, wenn hier die ganzen Büsche noch stehen, seh ich nichts. Was würdest du eigentlich machen, wenn jetzt unsere Gebäude angegriffen werden? Dann würde ich da hinrennen und würde den in die Scheiße ins Gesicht schmeißen. Kann das sein, dass ich geistig nicht gesund bin? Warte mal, da guck ich jetzt mal. Also Äxte sind wir, also ich zumindest, auf 75 schon, ne? Auf was? Wie? Was? Wer? Auf 75 bin ich schon mit Äxten. Okay, krass. Ich weiß gar nicht. Wenn ich jetzt gucke, dann fliegt mir die ganze Schuhe wieder. Guck doch mal. Nein! Das ist wie dieses, sag mal, wie spät es ist, ne? Wenn es ein Glas in der Hand ist. Ja. Vor allem mal. Das ist eh schon, wenn ich jetzt ins Wasser falle, ist alles weg, ne? Kriegst du nie mehr. Ja, du fällst jetzt einfach nicht ins Wasser. So schaut es aus. Okay. Aber was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich weiß es nun mal. Irgendwas wollte ich machen. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich was gehört habe schon wieder. Ich höre die ganze Zeit irgendwas, ne? Du hörst den Gespenster. Ja. Ja, wie sind meine Werte überhaupt? Oh Mann, schon wieder so weit unten. Ne, und das Feuer ist aus. Oh Mann. So. So. Ups. Jetzt habe ich diese Infusion getrunken, weil ich gedacht habe, die Schüssel wäre leer. Na super. Boah. Geh, warum wird das wahr? Hier, mein... Da. Beim Essen. Oh, ich habe keinerlei Stöcke einstecken. Lego-Hahn. Das fliegt alles rum. Dann reißt... Hast du noch was? Kaum. So, so. Was? Was habe ich? Ob du irgendwas gehauen hast? Nein, das waren die, äh... Ich bin schon wieder durstig, ja? Ist in Ordnung. Du musst erst, äh, verknoten. Ja, ich hänge hier irgendwie fest an diesem dummen Stamm. Ja. Ich muss halt echt da hochspringen, ne? Achso, ich habe keine Seile mehr. Das wird's sein. Ne, ich habe keine Seile mehr. Ich müsste mich eigentlich wieder hinlegen zum Pennen, ne? Ja, was geht denn anders? Ich muss mich hinlegen. Ich habe keinen... Ich bin out of energy. So. So, gut. Das Ding ist fertig. Da sollte man eine Wand drumrum bauen. Diesen Stamm. Ich bin wieder well prepared. Well prepared. Juhu, der erste Stock. So. Geht ganz schön wild aus, unser Warenlager hier. Ja. Wenn wir's machen, dann machen wir's ja auch richtig falsch. Ja. Wir brauchen wieder Seile. Ja, das war mir schon klar, dass Seile uns, äh... Und, und durstig. Sind wir auch. Hallo? Also, ich tatsächlich nicht, ne. Ich meine, ich bin jetzt eh gerade hier am Holzklopfen. Am Holzkloppeln? Ja. Okay, da nehme ich die langen Zoo mit. Bin ich jetzt da richtig? Ähm, ne, irgendwie nicht. Na, ich kann auch schon immer so rennen. Ich leg dich halt hin. Ich bin doch wieder fertig. Also, bin wieder ziemlich... voll. Also, wirklich. Toll. Voll, voll. Toll, toll. Voll, voll. So. Warte mal, kann ich jetzt das wieder anmachen oder nicht? Ja, danke. Ähm, Werte. Ja, alles bei der Hälfte. Und Wasser ist sogar noch weiter unten. Kann ich das da trinken? Das da kann ich trinken. Dann schaue ich mal, ob ich noch Wasser einstecken habe. Jep. Cool. Und ich habe sogar noch ein Riesenkrötenfleisch. Warte mal, hatte ich da nicht noch? Ja. Trockene Blätter habe ich nämlich auch noch. Come on. Nice. So. Aber Sandman, ich bin ehrlich zu dir. Du wöbelst jetzt halt auch voll, oder? Doch, so langsam. Ja, langsam ist ja gut. Aber ich bin echt platt. Und ich habe hungrig. Ich habe sehr hungrig. Dann sollten wir aber noch für die Bambusse ein Gestell Ja, ja, das... Weil nicht, dass uns das... Abhanden kommt. Abhanden kommt, ja. Da brauchen wir Holz dafür, oder Bambus? Bambus. Bambus. Hast du angemessen, oder wie? Ja. Ah, gut. In Verwendung. Ah. Ich habe keine Seile. Ups. Auch nicht. Jetzt war ich in dir drin gestanden. Ich habe ja alles, was ich gesammelt habe, vorhin da wieder hingehängt. Aber vielleicht sind hier noch ein paar Seile. Ja. Aber warum habe ich jetzt nicht nur ein Seil gesammelt, obwohl ich zwei gesammelt habe? Das ist bei dem einen Baum immer hier. Keine Ahnung. Ja. Können wir für die auch was machen? Ja. Ja. Warte, dafür Bambusstöcke. Kann man ja alles wieder abreißen, dann. Warum? Ja, weil das wahrscheinlich im Weg ist. Bambus. Ja, ist ja in Ordnung. Ich dachte, die gehen nicht mit Bambus. Ich dachte, die gehen nur mit normalem Holz. Das sind aber die kleinen Bambusstöcke. Okay. Oh, Hilfe. Wo sind denn die eigentlich? Hier, bei mir. Nee, die Rezepte. Ja, einen großen Stockhalter brauchen wir noch. Und das musst du damit mit, äh, Holz machen, nicht mit Bambus. Genau. So, und wo finde ich jetzt die Dinge? Warte mal. Oh, das sind Fallen. Das da. Waffenhalter. Halte, Holzscheit. Halter lange Bombusstöcke, oder? Das war das. Ja. Kann man doch da noch mit dazu stellen, oder? Das ist dann zu viel. Nö. Ja, aber dann sieht man die Schlange nicht, wenn ich das jetzt da hinstelle. Die sieht man eh schon nicht, weil du die so verbaut hast. Ah, das wollte ich jetzt nicht platzieren. Nur wieder ganz geschickt auf die Taste geklickt. Oh Mann, der schreit, dass er durstig ist. Da soll ich jetzt mal zahm reißen. Ja, ist schrecklich, ne? Ja. Ja. So, und jetzt noch einen für die normalen Hölzer. Aber ich habe keine Seile mehr. Ja, es sind zwei Seile, die fehlen. Soll ich den jetzt noch da mit davor stellen? Ja. Eigentlich egal, ne? Man kommt ja von jeder Seite ran. Ich muss resten. Ja, da ist die. Gut, fertig. Jetzt habe ich auch keine Seile mehr. Cool. Schon ist die Baustelle aufgeräumt. Haben wir ja eigentlich ganz gut aufgeräumt, ne? Ja. Finde ich nice. Aber ich denke mal, dass du da unten das Lager reinbauen willst, oder? Wie? Wo? Ne, hier unten drunter. Also in dieses Haus rein. Ja, wahrscheinlich. Bietet sich auf jeden Fall an, hier unten das Materiallager zu machen. Scheiße, ich habe da den Ofen total vergessen. Ist er ausgegangen? Ja. Naja, gut. Ich wollte mir eigentlich eine Obsidian-Axt machen, ne? Habe ich auch nicht gemacht. Naja, egal. Weil dann werde ich jetzt nämlich, äh, mein ganzes Inventar hier rein in die Kisten packen. Ja. Weil ich nicht glaube, dass das Spiel so weit denkt und mich das behalten lässt. Oh, das könnte es sein. Und bei mir bleibt es aber auf jeden Fall, weil ich ja der Horst bin. Ja. Sollte zumindest. Ja. Im Normalfall sollte es das. So, ich habe mich jetzt ja gerade nochmal schlafen gelegt, weil ich nämlich schon sehr, sehr weit unten war. Und es ist immer schöner, wenn man wieder anfängt und ist frisch ausgeruht. Ja. So, und jetzt pfeichern wir was zum Essen rein, weil ich... Ja, Higgins ist hungrig. Ich bin hungrig. Ähm, wie schaut es denn aus mit den... Ja, doch. Es ist wirklich sehr gut unten. Ähm, hast du die Knochen hier weggeräumt? In die Kiste rein oder was? Nö. Oh, sonst sollte man schauen, dass wir wieder Knochen, ähm, zusammen bekommen. Hm. Na gut, ich schaue mal, ob da vorne vielleicht noch was in den Fallen drin ist. Da war glaube ich auf jeden Fall eine Garn... Ah, Knochenzüngler. Nice. Und dann noch Garnelen. Was, Garnelen verdorben? Ja, wenn die zu lang da drin sind, dann sind sie verdorben, ja. Frischheit, kann ich die als Köder gleichzeitig verwenden? Nee, aber kann ich die sammeln wegen Maden? Nee, ich kann die nur zerstören. Ich würde dir gerne... Würdest du? ...den Bidor geben. Ja gut, die Stammespfeile, die sind jetzt nicht so wichtig. Nee. Kann ich im Evental lassen. Kriegt tatsächlich fast alles in die Kisten rein. Cool. Bis auf die Stammespfeile. Oh, da liegt noch ein paar Band. Okay. Ich habe für dich und für mich jeweils zwei Knochenzüngler-Dingsbums draufgeschmissen. Und dann würde ich dich mal bitten, dass du die Fasern und das Vogelnest noch einsteckst, weil die kann ich nämlich nicht in die Kiste packen. Nee, die Fasern und das Vogelnest ist ja wurscht. Nein, die Fasern tatsächlich nicht, die unterm Vogelnest sind, weil die für die Blasenrohrpfeile sein müssen. Aha, da bin ich voll? Das Vogelnest bekomme ich nicht rein. Dann schmeiß an der Seite ein Vogelnest raus und nimm die Fasern dafür. Ja, ich meine, ich kann ja, ich kann es ja probieren, ob das, ob es, äh, das bei mir hängen bleibt. Feuerbohrer und das ganze Zeug hast du ja, ne? Ja, ja. Hast du da noch Platz für zwei Feuerbretter? Äh, nee, ich habe einmal Stammesfeuer anzündet und einmal habe ich das Feuerbrett. Ja gut, und dann kannst du nochmal die zwei Bretter bei dir auch mit reinpacken. Ach, die kann man stacken, oder was? Kannst vier Stück, kannst vier Stück, äh, tragen. Vier so, so Anzünder-Dinger kannst du tragen, ja. Krass. Kann vier solche fetten Anzünder, ähm, tragen, aber keine Vogelnester mehr. Ja. So, meine ganzen Waffen habe ich alle abgegeben. Das, äh, Knochenzünglerfleisch. Isst du auch mal. Das sind immerhin Proteine, die es dir hochhaut. Ja, ich packe jetzt doch schnell das Holz, was ich noch, ähm, einstecken habe, hier in den... Genial. Jetzt wird hier noch... Ist dir ja nicht aufgefallen, dass wir auf unserem Rucksack eine Solarpaneele haben? Nein. Oh, kommen die Eingeborenen? Ne, das war ich. Ach so. Also ein, ein Fleisch habe ich gegessen. Soll ich nochmal eins, oder? Jaja, ich habe zwei gegessen, meine Proteine sind voll. Ähm, die Kohlehydrate sind voll, weil ja da schön die Bananchen hängen. Das einzige, was fehlt, ist das Fett, aber, also und trinken, aber... Also ich, ich brauche Fett. Was, Kokosenschale, Wasser, sauber, verschütten, warum? Ach so. Irgendwie magst du jetzt nicht, ne? Doch. Gut. Gleich wieder Wasser holen. Für was brauchen wir die Knochenzüngler-Schuppe? Weckschmeißen, da kann man nichts mitmachen. Ist ja toll, dass man sich die... Ja, dass man die aufhebt, ne? Wenn man mit dir nichts machen kann. Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Kann ich die da irgendwo in eine Falle vielleicht, dass man die reintun kann? Wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Eben, mit dir kannst du nichts machen. Du sie halt zerstören, dann ist sie weg. Oh, das stimmt. Sag das halt. So. Boah, well prepared for the next time. Wie gesagt, es fehlen eigentlich nur nochmal zwei... ...zwei Nüsse oder sowas, die ich essen könnte, wenn wir hätten. Aber... Nö, das passt schon. So, ich speichere jetzt. Ich bin durch heute. Ey, echt wahr. Ja, war noch wieder sechs Stunden. Passt doch. Ja, das ist optimal. Das taucht mir, sagen wir so. Ja, das nächste Mal müssen wir schauen, wann es... Weil ich kann... Ja, mal gucken. Wir finden schon einen Zeitpunkt. In der Woche noch, oder? Ja, schon in der Woche. Ja, gut. Eventuell... Naja, ich muss jetzt auch erst einmal das ganze Zeug verarbeiten, was wir da haben. Das ist noch das nächste. Na gut. Also jedenfalls vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Bei dem Stream heute. Und ich würde sagen, dass wir auch zum Abschluss dann einfach rübersausen zum Mond vielleicht. Zum Mondpirat. Könnten wir machen, ne? Hm. Und... Moment. Mit dem Fenster rumschieben und dass das alles passt. So, also vielen herzlichen Dank nochmal. Danke, Sandman. 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 Genau. Genau. Und ansonsten noch einen wunderschönen Abend für euch alle. Und wer noch mit dabei ist, würde ich sagen, wir raiden jetzt... Mondpirat. Wenn der denn... ...noch streamt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt sehe. Hä? Hä? Warum sehe ich den Mundpirat nicht? Ähm... Ich bin jetzt gerade... ... verwirrt. ... verwirrt. Ich finde keinen Mundpirat. Äh? Warum nicht? Hat er aufgehört zu streamen? Oder was ist los? Weiß ich nicht. Warte mal. Das kann ja nicht sein. Kann sich nur noch um ein paar Sekunden handeln. Ne, der ist tatsächlich offline. Vor drei Stunden gestreamt. Tja, siehst du mal. Okay. Alles klar. Naja, dann gibt's keinen Raid, weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wohin. Gut, dann machen wir's kurz und schmerzlos und sagen einfach so, ciao. Jo. Ciao. Alles klar, Leute. Macht's gut und vielen herzlichen Dank, ne? Nochmal. Ciao, ciao. Vielen Dank. contrario, wir reden hier. J Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020